Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Phil's iPhone Blog. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei eurem MacBook den Arbeitsspeicher tauschen könnt. Demonstrieren möchte ich euch das Ganze anhand eines MacBook Pros aus dem Jahre 2011. Wie ihr seht, ist das die kleinste Konfiguration und deshalb besitzt er nur einen Arbeitsspeicher von 4 GB, welcher mir auf die Dauer einfach zu wenig wird. Da ich mir aber nicht gleich ein neues MacBook kaufen möchte, sondern einfach die Leistung ein bisschen pushen, habe ich mich für einen RAM-Upgrade auf 16 GB entschieden. Gekauft habe ich mir diesen Arbeitsspeicher bei Computer Universe für einen Preis von 125 Euro und habe dafür einen Crucial 16 GB DDR3 Sodim Kit bekommen. Das Kit ist aufgeteilt auf 2x8 GB Riegel, welche jeweils mit einer Frequenz von 1333 MHz laufen. Und um es nicht zu vergessen, das Ganze ist natürlich Mac-kompatibel. Ich packe das Ganze jetzt einmal aus und zeige euch den Arbeitsspeicher dann mal von der Nähe. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, stehen auf dem Riegel jeweils nochmal eine kurze Beschreibung, was das Ganze auch ist. Wir haben hier 2x8 GB DDR3 Arbeitsspeicher, welcher auf 1333 MHz getaktet ist und eine so dünn Bauartweise besitzt. Doch genug mit den technischen Informationen zum Arbeitsspeicher. Wir schalten das MacBook jetzt einmal aus und beginnen dann mit dem Austausch des Arbeitsspeichers. Dazu klicken wir oben links auf das Apple-Logo und wählen Ausschalten aus. Und bevor ihr das MacBook auseinanderschraubt, geht nochmal auf Nummer sicher und überprüft, ob das MacBook auch wirklich ausgeschaltet ist, alle Kabel entfernt sind und so weiter. Ich persönlich benutze bei solchen elektronischen Umbauten noch immer gerne eine antistatische Matte, damit ich das Risiko, damit etwas kaputt geht, vermindern kann. Als erstes drehen wir das MacBook einmal auf den Rücken, denn dort befinden sich die Schrauben, die gelöst werden müssen, damit wir ins Innenleben des MacBooks kommen. Insgesamt müssen 10 Schrauben gelöst werden, jeweils 4 unten und 4 oben und nochmal links und rechts jeweils eine. Ich werde den Vorgang jetzt etwas beschleunigen, sucht euch einfach einen passenden Kreuzschraubendreher und löst die 10 Schrauben vom Gehäuse. Nachdem ihr die Schrauben gelöst habt und die Abdeckung vom Gehäuse entfernt habt, kommen wir auch schon zum Innenleben des MacBooks. Wie ihr seht, habe ich jetzt einmal ein bisschen reingezoomt zum Arbeitsspeicher selbst und in dem Modul befindet sich links und rechts jeweils ein kleiner Schalter, welcher nach außen gedrückt werden muss, um die Riegel aus der Halterung zu lösen. Um euch das Ganze noch besser darstellen zu können, entferne ich jetzt einmal den untersten RAM-Riegel. Ihr drückt dabei einfach diese Halterungen nach außen und dann springt der Arbeitsspeicher ein bisschen nach oben und ihr könnt ihn problemlos herausnehmen. Ihr könnt den alten Arbeitsspeicher nun weglegen, werft ihn vielleicht nicht gleich weg, vielleicht braucht ihr ihn ja nochmal, falls einer kaputt gehen sollte, was wir nicht hoffen. Und dann könnt ihr auch schon beginnen, den neuen Arbeitsspeicher einzusetzen. Selbes Prinzip wie beim Entfernen des Arbeitsspeichers. Als erstes steckt ihr ihn in die Halterung, bis es einklickt und dann drückt ihr den Arbeitsspeicher von unten wieder zurück in die Halterung und macht dasselbe nochmal mit dem oberen. Um die Länge des Videos ein bisschen im Raum zu halten, werde ich das Ganze jetzt ein bisschen vorspulen. Das Prinzip ist natürlich dasselbe wie beim unteren Arbeitsspeicher. Und wenn ihr beide Module eingebaut habt, dann seid ihr eigentlich auch schon fertig. Ich werde euch jetzt noch einmal kurz das Innenleben meines MacBooks zeigen. Unten links befindet sich eine SSD anstatt der alten HDD. Diese befindet sich direkt darüber, denn ich habe das Laufwerk ausgebaut und habe mir selbst ein Fusion Drive gebastelt. Wer also noch mehr Power braucht in seinem MacBook, kann dies gerne machen. Ich habe es bis jetzt noch nicht bereut. Doch um nicht abzuschweifen, kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema, dem RAM-Upgrade-Projekt. Wir haben es eigentlich schon erfolgreich abgeschlossen. Der Arbeitsspeicher ist ausgetauscht. Wir setzen jetzt das Gehäuse wieder zusammen. Dazu legen wir die Abdeckung als erstes passgenau drauf und schrauben dann alle 10 Schrauben wieder an der richtigen Position rein. Ich werde das Ganze jetzt wieder etwas vorspulen. Wie gesagt, damit das Video nicht zu lange dauert und ihr euch nicht dabei langweilt. Und wir sehen uns gleich wieder. So, das MacBook ist jetzt wieder zusammengeschraubt. Wir drehen es jetzt mal wieder um und versuchen es dann zu starten. Hoffentlich klappt alles beim ersten Mal, aber normal haben wir eigentlich alles richtig gemacht und das MacBook sollte ganz normal starten. Ich schwenke jetzt mal zum Bildschirm hoch, damit ihr auch seht, was da alles passiert. Und dann klicken wir auch schon den Power-Button und dann hoffen wir mal, dass das MacBook gleich mit dem Booten beginnt. Die Festplatte hören wir schon mal arbeiten. Das ist schon mal ein gutes Zeichen und eigentlich sollte jeden Moment auch der Bildschirm angehen. Und so ist es. Hier ist der Bildschirm. Dann hoffen wir mal, dass das Ganze noch richtig bootet. Ich werde das jetzt ein bisschen vorspulen. Und nach ein paar Sekunden ist das MacBook auch schon hochgefahren. Dank der SSD, die eingebaut ist, geht das jetzt ruckzuck. Und dann können wir auch gleich mal überprüfen, ob das MacBook den Arbeitsspeicher richtig erkennt. Wir klicken dazu oben links wieder auf das App-Logo, gehen dann über diesen Mac und dann sehen wir schon 16 GB, 1333 MHz DDR3. Klicken nochmal auf weitere Informationen und schauen uns das Ganze nochmal im Detail an. Und beim Reiter Speicher sehen wir 16 GB installiert und zwar zweimal 8 GB. Und das war es dann auch schon wieder. Ich habe versucht, das Video so kurz wie möglich zu halten, um euch nicht zu langweilen. Falls euch das Video was gebracht hat und es euch gefallen hat, Daumen nach oben und Channel abonnieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand von Phil's iPhone-Blog seid.